...Möhnchen ausmissen, ich denke, hier neuer ... Ja, ich habe scheißegal ... ...Möhnchen. Ja, ein bisschen zu Mühe ... ... von Kien kannst du ja noch ein Auto nehmen ... ... und ich werde es mit Auto klauen. ...Möhnchen? Ja. ...Möhnchen? Ja. ...Möhnchen? Ja. Ja, wir haben aber noch einen ... ...Möhnchen zu nehmen, der ist ... ... nach Hamburg. Ja, nach Hamburg. Nee, echt? Ja. Ich sag, das ist gut, aber ... ...Möhnchen? Ja, sie werden von ... ...Möhnchen? Ja, drüben. Ja, drüben. Ja, drüben. Ja, drüben. Ja, drüben. Schönen Morgen und herzlich willkommen hier im ... ...Möhnchen. Zum Hamburger Abend am Hof ... ... mit heute auf einem Unternehmenswandel. Wir wünschen Ihnen unten eine ... ... angenehme Wand. Und der Redefang ist ... ... gemächt nur auf den Weißen. ... und das ... ... Alkoholkonsumverbot ... ... besteht ... ... das Ransomieren und ... ... Bewertstellen von Alkohol ... ... gerischen Getränken ist ... ... nicht gestattet. Da wohnt hier der Bürgermeister. Aber jetzt auch ... Ich sag, da ist nicht so eine ... ... kleine Kirche. Der Bürgermeister, hier wohnt der Bürgermeister. ... der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Der Bürgermeister. Nee, das stand auch nicht drauf. Oh, ne? Aber jetzt, das ist so ... ... der Bürgermeister. ... die Bürgermeister. ... der Bürgermeister ... ... den Bürgermeister. ... die Bürgermeister. .. und er hat ... ... die Staten. Ja. ... und er ist ... ... und er ist ... ... von ... Da hat man nichts vom Fahrwerk, es geht ja so. Wir haben Teile verloren. Von München nach Knau. Das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Weil die Seher verflicken, die wir dann halt vom Sohn in den Schlüssel nach links. Jetzt kriegt so ein Taxi unternehmen, was der jetzt so viel wieder auf diese Fahrt bezahlt. Weil der kriegt ja keine solle Fahrt. Das muss ich. Wenn wir jetzt haben, sind wir ein Taxi nach Hause, fährt 25 Minuten. Ja, das ist ein bisschen. Aber ich kann mich noch nicht so wieder fest. Ich muss wahrscheinlich auch nicht mehr auf die Autos. Ich kann mich noch nicht mehr auf die Autos. Das ist ja steinig drauf. Das ist ein paar Leute. Ja, das ist gut, ne? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Der Flieger, der da vorgeflogen ist, ist ein kleines Erdlackteil. Wenn er nicht flogen. Ja, das erste Erdlackteil ist ja da. Durch Reifen und dann reine Takt. Und dann reine Takt. Ja. Das ist gut, ne? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich zahle, ich kann mich noch nicht wissen. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das war zwar in der Wirtschaft, nicht das nicht, aber ich glaube, ich bin der Bahn.